Ein herzliches Willkommen aus Ittlingen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, stehen wir jetzt mit unserem U-Boot auf der anderen Seite des Bahnübergangs. Auf dieser fantastischen Reise ins Technikmuseum nach Sinsheim ist es uns gelungen, den zweiten und somit auch letzten Bahnübergang zu meistern. Nach einer intensiven gestrigen Vorbereitungszeit konnten wir das U-Boot wieder um 73 Grad auf die Seite legen und heute Nacht hat es Frieder wieder mit viel Gefühl geschafft, das U-Boot über diesen Bahnübergang zu bringen. Deshalb freut euch auf die Impressionen vom heutigen Tag und ich sage somit, Ittlingen, wir kommen! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.